Wussten Sie, dass die NEW auch in Sachen Energieausweise Ihr kompetenter Partner ist? Sie haben richtig gehört. Ihre Suche ist endlich beendet. Erfüllen Sie als Gebäudeeigentümer oder Hausverwaltung ganz einfach die behördlichen Anforderungen bei Neuvermietung oder Verkauf von Wohnungen und Gebäuden. Sie haben die Wahl. Der Verbrauchsausweis vermittelt Informationen über den sogenannten Energieverbrauch des Gebäudes, also aus den am Zähler gemessenen Werten. Der Bedarfsausweis gibt Aufschluss über die nutzerunabhängige Ermittlung des sogenannten Energiebedarfs. Hier wird anhand der Wärmeverluste über die verschiedenen Außenbauteile der Energiebedarf ermittelt. Die Entscheidung fällt Ihnen schwer? Nun ja, der Verbrauchsausweis ist günstiger, aber stark abhängig vom Nutzerverhalten der Hausbewohner. Der Bedarfsausweis dagegen ist unabhängig und kann nach späteren energetischen Modernisierungen kurzfristig und kostengünstig aktualisiert werden. Doch ganz gleich, welchen Energieausweis Sie wählen. Beide erfüllen die behördlichen Anforderungen und sind zehn Jahre gültig. Nur für Gebäude mit 1 bis 4 Wohneinheiten und einem Bauantragsdatum vor dem 01.11.1977 gibt es keine Wahl. Hier muss der Bedarfsausweis her. Übrigens, gemischt genutzte Gebäude benötigen für Wohnbereiche und Gewerbebereiche separate Ausweise. Finden Sie Preise und weitere Informationen auf www.new-energie.de Denn mit der NEW ist Ihre Suche endlich beendet.